Ich raste noch mal aus in dem Spiel. So richtig doller. Es wird ein langer Krieg, Talion. Wir werden eine Armee erschaffen, Verbündete haben. Doch Kankra, sie gehört nicht dazu. Kankra will Soron ebenso wie wir vernichten. Wir haben zwar nicht den ausflippen. Ich könnte ausflippen noch und nöcher. Ich drücke jedes Mal die verschissenen, falschen Tasten. Doch wir haben ihre Vision. Ja, es ist so. Ich könnte... Gleich heute auf Beutezug! Schnappt sie! Ihr werdet uns nie kriegen! Das muss weh tun! Das ist... zum Mäuse melken, ne? Es ist trotzdem zum... ausflippen. Es ist trotzdem zum... ausflippen. Vielleicht sollst du lieber schlafen gehen für die innere Ruhe, ja. Ich will die einfach jetzt noch umbringen. Das ist einfach nur so unglaublich unverdient. Lass die mich hier immer ständig so weglacken. Das ist nicht zu glauben. Aber den wissen wir ja schon... Panische Angst vor Gift. Lass in die Luft. Ja. Oh! Ne? Oh! Witz! Ach! Oh! Der Kollege, der hier rumrennt, der war doch gerade schon da. Aber wo ist denn der jetzt hin? Der ist irgendwie weggetippelt. Was ist das hier? Ja. So, jetzt kann ich doch gleich mal so langsam. Vielleicht mal so. Zweites WB. Oh, mir fehlen noch elf Münzen. Warum? Vielleicht mache ich alle fertig. Das hilft mich am meisten, dass der immer noch hier rumschwingt. Das ist nicht zu fassen. Das könnte innerlich ausrasten ohne es gleiten. Wo ist denn jetzt der andere Knüppel? Der lernt doch hier irgendwo rum. Kurz und schmerzt mir es. Dann fände ich den Kollegen ja nicht. Oh, wo ist der denn? Wo ist dein Anführer? Kann doch nicht sein. Wer kommt zurück? Ja. 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 Schon wieder? Ach so. Ja. Weil wir ja auch schon mal tot waren. Hörst du mir schon? Ja. 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 jetzt stirbt endlich wie ein guter gegner so sage ich mir wieder 20.000 gegner an hintern gepult ich habe keine geschossen immer drin gekloppt du kannst die stadt noch hätten nicht mehr ich sehe es in deinen augen nicht hoffnung ist doch schon fast tot so was muss ich hier einfach mal tot getrotzt hatte ich keine möglichkeit hat ihn zu finishen jetzt aber diese rüstung erschwert meine aufgabe deutlich sie wollen den kampf verlängern und uns zusammen die narren so ich hätte doch hier vorne auch von einem ne hatte ich hier vorne einen getötet doch klar naja der daniel vergisst nichts vor allem nicht gut stufe 5 ist genauso schnell wie der andere auch das ist der gleiche top so hier habe ich noch was neues stufe 7 und da haben wir noch eine rüstung so jetzt können wir endlich für 1000 das ding freischalten so was hat man für ein juwel wir haben wohlstand wir haben ein 10 prozent erhöhter schaden mit dieser waffe machen wir mal hier rein da muss ich mit dieser waffe ausrasten was ist denn überhaupt das achso das kurzschwert ist ja das zum finishen glaube ich fähigkeit freigeschalten fähigkeit freigeschalten ah hier unten ah die aufziehung eines feines stellt elben geschossen wieder her not so bad ich könnte auch hier terrorisieren halte caps lock und recht ich sehe es ja mal nicht linke oder rechte maustaste gedrückt ich glaube rechte um eine furcht erfüllsende schleichtötung loszuführen die umstehende feine in die flucht treibt perfekter konter gut abgestimmter konto schlagen feiner nieder drücke dazu rechte maustaste wenn die eingabeaufsorderung blau aufblinkt kann mir im kampf sehr viel helfen machen wir erstmal die konter die vögel die hier immer rumgeiern das sind die die dich nämlich getötet haben und noch leben ich habe schon ein paar umgelegt aber unbeholfen anfällig für hinrichtung bis dem futter ja 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 Die Säulen sind supergut, ich bin hier noch Stücke. Episch. Kommt eigentlich immer noch welche dazu? Manchmal das Gefühl, es kommen noch irgendwelche Knüppel dazu, ey. Ich vergesse immer, dass ich mega sprinten kann. Alter! Was glaub ich da denn nicht gesucht hab? Wilde Konter normale Angriffe von vorne drücke eh um sie zu betäuben bevor du sie angreifst oder greife sich von hinten an. Okay. Okay. Oh man. Mach ihn fertig! Mach den Fehler auch immer wieder, weil er auch immer wieder den Kunden angreift. Geh doch einfach nicht auf den Kollegen da, es ist doch nicht zu fassen. Man kann ihn nicht von hinten angreifen. Ja jetzt kommen wir wieder in die Fresse, das ist doch nicht zu fassen. Joooo. Wieder die falsche Taste, ne diesmal war es die richtige. Oh Gott sei Dank, die sind ja echt assi. Äpisch. Aber das macht mir Schaden. Ich weiß nur nicht wie ich die Typen rekrutiere. Das ist echt super. Aber ich kann ja die Herausforderung mal verfolgen. Ich töte deinen Feind während du geflucht bist. Ah ja, alles klar. War das noch nicht der, den ich töten wollte? Es war noch nicht der, den ich töten sollte. Alles klar. Alter, was? Oh. Du? Du? Nein, 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 nein. Ich war es jetzt ist von Tod zurück zu kehren. Ich fiel ihm auf den Schlagfeldern ein. Bis mich kriechende windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Maden krochen über mich und in mich hinein. verarsen das tote fleisch von meinem mund jetzt sind sie bei dir für immer eine künsche der sich windenden ewige qual schön schöne ansprache digga ich spüre gar nichts du spürst aber gleich den tod noch mal ja vergiftet vergift deine bestie